Ein Kind hat Kummer Nur einmal in jedem Jahr hätte ich sehnlich gewünscht, Geschwister zu besitzen, am Heiligabend. Am ersten Feiertag hätten sie ja gut und gerne wieder fortfliegen können, meinetwegen erst nach dem Gänsebraten mit den rohen Klößen, dem Rotkraut und dem Selleriesalat. Ich hätte sogar auf meine eigene Portion verzichtet und stattdessen Gänse klein gegessen, wenn ich nur am 24. Dezember abends nicht allein gewesen wäre. Die Hälfte der Geschenke hätten sie haben können, und es waren wahrhaftig herrliche Geschenke. Und warum wollte ich gerade an diesem Abend, am schönsten Abend eines Kinderjahres, nicht allein und nicht das einzige Kind sein? Ich hatte Angst. Ich fürchtete mich vor der Bescherung. Ich hatte Furcht davor und durfte sie nicht zeigen. Es ist kein Wunder, dass ihr das nicht leicht versteht. Ich habe mir lange überlegt, ob ich darüber sprechen solle oder nicht. Ich will darüber sprechen. Meine Eltern waren aus Liebe zu mir aufeinander eifersüchtig. Sie suchten es zu verbergen, und oft gelang es ihnen. Doch am schönsten Tag im Jahr gelang es ihnen nicht. Sie nahmen sich sonst meinetwegen so gut zusammen, wie sie konnten, doch am Heiligabend konnten sie es nicht sehr gut. Es ging über ihre Kraft. Ich wusste das alles und musste uns drein zuliebe so tun, als wisse ich's nicht. Wochenlang, halbe Nächte hindurch, hatte mein Vater im Keller gesessen und zum Beispiel einen wundervollen Pferdestall gebaut. Er hatte geschnitzt und genagelt, geleimt und gemalt, Schriften gepinselt, winziges Zaumzeug zugeschnitten und genäht, die Pferde mähnen, mit Bändern durchflochten, die Raufen mit Heu gefüllt. Und immer noch war ihm, beim Plaken der Petroleumlampe, etwas eingefallen. Noch ein Scharnier, noch ein Beschlag, noch ein Haken, noch ein Stallbesen, noch eine Haferkiste, bis er endlich zufrieden schmunzelte und wusste, das macht mir keiner nach. Ein andermal baute er einen Rollwagen mit Bierfässern, Klappleitern, Rädern mit Narben und Eisenbändern, ein solides Fahrzeug mit Radachsen und auswechselbaren Deichseln, je nachdem, ob ich zwei Pferde oder nur eins einspannen wollte, mit Lederkissen fürs Abladen der Fässer, mit Peitschen und Bremsen am Kutschbock. Und auch dieses Spielzeug war ein fehlerloses Meisterstück und Kunstwerk. Es waren Geschenke, bei deren Anblick sogar Prinzen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätten, aber Prinzen hätte mein Vater sie nicht geschenkt. Wochenlang, halbe Tage hindurch, hatte meine Mutter die Stadt durchstreift und die Geschäfte durchwühlt. Sie kaufte jedes der Geschenke, bis sich deren Versteck, die Kommode, krumm bog. Sie kaufte Rollschuhe, Ankersteinbaukästen, Buntstifte, Farbtuben, Malbücher, Hantel und Keulen für den Turmverein, ein Faustball für den Hof, Flittschuhe, musikalische Wunderkreisel, Wanderstiefel, einen Norweger Schlitten, ein Kästchen mit Präzisionszirkeln auf blauem Samt, einen Kaufmannsladen, einen Zauberkasten, Kaladiskope, Zinssoldaten, eine kleine Druckerei mit Setzbuchstaben und von Paul Schurig und den Empfehlungen des Sächsischen Lehrervereins angeleitet viele, viele gute Kinderbücher. Von Taschentüchern, Strümpfen, Turnhosen, Rodelmützen, Wollhandschuhen, Sweatern, Matrosen, Blusen, Badehosen, Hemden und ähnlichen nützlichen Dingen ganz zu schweigen. Es war ein Konkurrenzkampf aus Liebe zu mir. Und es war ein verbissener Kampf. Es war ein Drama mit drei Personen. Und der letzte Akt fand alljährlich am Heiligabend statt. Die Hauptrolle spielte ein kleiner Junge. Von seinem Talent aus dem Stegreif hing es ab, ob das Stück eine Komödie oder ein Trauerspiel wurde. Noch heute klopft mir, wenn ich daran denke, das Herz bis in den Hals. Ich saß in der Küche und wartete, dass man mich in die gute Stube riefe, unter den schimmernden Christbaum zur Bescherung. Meine Geschenke hatte ich parat. Für den Papa ein Kistchen mit zehn oder gar fünfundzwanzig Zigarren, für die Mama ein Schal, ein selbstgemaltes Aquarell, oder, als ich einmal nur noch fünfundsechzig Pfennige besaß, in einem Karton aus kühnes Schnittwarengeschäft hübsch verpackt, die sieben Sachen. Die sieben Sachen? Ein Röllchen weißer und ein Röllchen schwarzer Seide, ein Heft Stecknadeln und ein Heft Nähnadeln, eine Rolle weißen Zwirn, eine Rolle schwarzen Zwirn und ein Dutzend mittelgroßer schwarzer Druckknöpfe. Siebenerlei Sachen für fünfundsechzig Pfennige. Das war, fand ich, eine Rekordleistung, und ich wäre stolz darauf gewesen, wenn ich mich nicht so gefürchtet hätte. Ich stand also am Küchenfenster und blickte in die Fenster gegenüber. Hier und dort zündete man schon die Kerzen an. Der Schnee auf der Straße glänzte im Laternenlicht. Weihnachtslieder erklangen. Im Ofen prasselte das Feuer, aber ich froh. Es duftete nach Rosinenstollen, Vanille, Zucker und Zitronat. Doch mir war Elend zumute. Gleich würde ich lächeln müssen, statt weinen zu dürfen. Und dann hörte ich meine Mutter rufen. Jetzt kannst du kommen! Ich ergriff die hübsch eingewickelten Geschenke für die beiden und trat in den Flur. Die Zimmertür stand offen. Der Christbaum strahlte. Vater und Mutter hatten sich links und rechts vom Tisch postiert. Jeder neben seine Gaben, als sei das Zimmer samt dem Fest halbiert. Ach, sagte ich, wie schön! Und meinte beide Hälften. Ich hielt mich noch in der Nähe der Tür, so dass mein Versuch, glücklich zu lächeln, unmissverständlich beiden galt. Der Papa mit der erloschenen Zigarre im Munde beschmunzelte den firnesblanken Pferdestall. Die Mama blickte triumphierend auf das Gabengebirge zu ihr Rechten. Wir lächelten zu dritt und überlächelten unsere dreifache Unruhe. Doch ich konnte nicht an der Tür stehen bleiben. Zögernd ging ich auf den herrlichen Tisch zu, auf den halbierten Tisch, und mit jedem Schritt wuchsen meine Verantwortung, meine Angst und der Wille, die nächste Viertelstunde zu retten. Ach, wenn ich allein gewesen wäre, allein mit den Geschenken und dem himmlischen Gefühl doppelt und aus zweifacher Liebe beschenkt zu werden, wie selig wäre ich gewesen und was für ein glückliches Kind. Doch ich musste meine Rolle spielen, damit das Weihnachtsstück gut ausgehe. Ich war ein Diplomat, erwachsen als meine Eltern und hatte dafür Sorge zu tragen, dass unsere feierliche Dreierkonferenz unterm Christbaum ohne Missklang verlief. Ich war schon mit fünf und sechs Jahren und später erst recht der Zeremonienmeister des Heiligen Abends und entledigte mich der schweren Aufgabe mit großem Geschick und mit zitterndem Herzen. Ich stand am Tisch und freute mich im Pendelverkehr. Ich freute mich rechts, zur Freude meiner Mutter, ich freute mich an der linken Tischhälfte, über dem Pferdestall im Allgemeinen. Dann freute ich mich wieder rechts, diesmal über den Rotdelschlitten und dann wieder links, besonders über das Lederzeug und noch einmal rechts und noch einmal links und nirgends zu lange und nirgends zu flüchtig. Ich freute mich ehrlich und ich musste meine Freude zerlegen und zerlügen. Ich gab beiden je einen Kuss auf die Backe, meiner Mutter zuerst. Ich verteilte meine Geschenke und begann mit den Zigarren. So konnte ich, während der Papa das Kistchen mit seinem Taschenmesser öffnete und die Zigarren beschnupperte, bei ihr ein wenig länger stehen bleiben als bei ihm. Sie bewunderte ihr Geschenk und ich drückte sie heimlich an mich, so heimlich, als sei es eine Sünde. Hatte er es trotzdem bemerkt, machte es ihn traurig. Nebenan bei Gründnuss sangen sie »Oh, du fröhliche, oh, du seelige, gnadenbringende Weihnachtszeit!« Mein Vater holte ein Portemonnaie aus der Tasche, das er im Keller zugeschnitten und genäht hatte, hielt es meiner Mutter hin und sagte »Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen!« Sie zeigte auf ihre Tischhälfte, wo für ihn Socken, warme, lange Unterhosen und ein Schlips lagen. Manchmal fiel ihnen erst, wenn wir bei Würstchen und Kartoffelsalat saßen ein, dass sie vergessen hatten, einander ihre Geschenke zu geben. Und meine Mutter meinte »Oh, das hat ja Zeit bis nach dem Essen!« Anschließend gingen wir zu Onkel Franz. Es gab Kaffee und Stollen. Dora zeigte mir ihre Geschenke. Tante Lina klagte ein bisschen über ihre Aderbeine. Der Onkel griff nach einer Havanna-Kiste, hielt sie meinen Vater unter die Nase und sagte »Da, Emil, nur auch mal eine anständige Ziere!« Der Papa erklärte leicht gekränkt »Ich habe selber welche.« Onkel Franz meinte ärgerlich »Nun nimm schon eine! So was kriegst du nicht alle Tage!« Und mein Vater sagte »Ich bin so frei.« Frieda, die Wirtschafterin und treue Seele, schleppte Stollen, Pfefferkuchen, Rheinwein oder, wenn der Winter kalt geraten war, dampfend den Punsch herbei und setzte sich mit an den Tisch. Dora und ich versuchten uns auf dem Klavier an Weihnachtsledern, der Petersburger Schlittenfahrt und dem Schlittschuhwalzer. Und Onkel Franz begann meine Mutter zu hänseln, indem er aus der Kaninchenhändlerzeit erzählte. Er machte uns vor, wie die Schwester damals ihre Brüder geschehen. Das war's für heute.